Ich begrüße deswegen, beziehungsweise lieber Gichernil, zu begrüßen an unseren Ehrengast. Ich begrüße mich, dass ihr aus den USA seid, vielen Dank, dass ihr in Berlin seid und wir hier mit uns kämpfen, für Freiheit und für eine bessere Welt. Danke. Hallo in den Vereinigten Staaten. Die Nachrichten sagen, dass ich heute hierher gekommen bin, um mit 5,000 Nazis zu reden zu sprechen. Zu Hause in den Vereinigten Staaten behaupten die Zeitungen, ich wäre hierher gekommen, um mit 5,000 Nazis zu reden. Und morgen werden sie genau das berichten, dass sich zu etwa 83.000 bis 5.000 Nazis gewählt haben. Und wenn ich in die Mitte schaue, sehe ich das Gegenteil von Nazis. Ich sehe Menschen, die Demokratie lieben. Menschen, die eine offene Regierung wollen. Menschen, die viele Anführer haben wollen, damit sie nicht gelogen werden. Wir wollen keine Anführer, die wahllos irgendwelche Regeln erlassen, um unsere Demut und unsere Unterwürsigkeit zu erwerben. Wir wollen health officials, die nicht finanziell entanglementen mit der Pharmaceutical-Industrie, die arbeiten für uns und nicht für pharma. Wir wollen nicht mehr ausgleichen, die keine Anführer sind, die wir in der Pharmaindustrie haben, die für uns arbeiten und die Pharma-Lobie haben. Wir wollen officials, die verantworten unsere Kinder's health und nicht für Pharma-Lobie haben. Wir wollen politiker, die sich um die Wirklichkeit unserer Kinder kümmert und wissen, die Pharma-Lobie haben, die unsere eigenen Pharma-Lobie haben. Ich schaue auf diese Gründe. Ich sehe alle Flags in Europa. Ich sehe Menschen von jeder Farbe. Ich sehe Menschen von jeder Nation, jeder Religion. Alle, die sich über die Menschen interessieren, über die Kinder's Gesundheit, und über die Freiheit und Demokratie. Ich sehe Menschen von jeder Nation, jeder Hautfarbe, jeder Idioten. Ich sehe Menschen von jeder Menschlichkeit, die hier sind, wegen der Gesundheit ihrer Kinder und Freiheit und Demokratie. Regierungen lieben Pandemien. Und die lieben sie aus den gleichen Gründen, wie sie den Krieg lieben. Weil es ihnen die Lage verfasst, Kontrollmechanismen zu installieren, die wir sonst niemals akzeptieren würden. Das sind Institutionen und Mechanismen, die unsere Unterwürfigkeit erfordern. Und ich sage Ihnen etwas, es ist ein Mystery für mich, dass all diese wichtigsten Menschen, wie Bill Gates und Tony Fauci, haben sich über diese Pandemie über diese Pandemie für Jahre, so dass wir alle sicher sind, wenn die Pandemie endlich kam. Und jetzt, dass es hier ist, die Leute nicht wissen, was sie sprechen wollen. Und wir wissen mittlerweile, dass Leute wie Bill Gates und Anthony Fauci diese Pandemie seit Jahrzehnten geplant haben, die sie jetzt über uns gebracht haben. Und wir wissen inzwischen, dass wir, dass sie nicht mal erklären können, was die Pandemie sein soll. Sie sehen, dass sie das Ganze nicht sinnvoll sind. Sie sehen, dass sie in der Zeit nicht alles umgedrückt. Sie gehen, sie sehen uns wie Sie in der Zeit gewinnen, Sie können nicht sagen, was die Situation für COVID-19 profitieren. Sie können nicht durch unsere PCR-Zect die eigentliche funktionieren. Sie müssen die Akzeptanz neigen Sie den betrachten Sie auf Covid-19 auf den Zeichen Sie machen es immer mehr und mehr gefährlich. Die eine Sache, die sie gut an sind, ist die Gefahr. Sie finden die Zahlen, die wir in der Zeitung hier im Fernsehen sehen und wenn wir die Zahlen sehen, kommen wir einfach nur in die Angst. Seventy-five years ago, Berman Gehring testified at the Nuremberg Tribes. And he was asked, how did you make the German people go along with all this? And he said, it's an easy thing. It's not anything to do with Nazism. It has to do with human nature. You can do this in a Nazi regime. You can do it in a socialist regime. You can do it in a communist regime. You can do it in a monarchy and a democracy. The only thing a government needs to make people into slaves is fear. And if you can figure out something to make them scared, you can get to do anything you want. He said, it has nothing to do with Nazism in Germany. He said, it has nothing to do with Nazism in Germany. He said, it has nothing to do with Nazism in Germany. You can do it in socialism, do it in communism, do it in monarchy, do it in democracy, do it in democracy. This is the human nature. We just have to bring the people into fear and then follow us. 50 years ago, my uncle John Kennedy came to this city. He came here to Berlin because Berlin was the front line against global totalitarianism. And today again, the win is the front line against global totalitarianism. And the front line to Berlin is the front gegen totalitarianism. My uncle came here, he proudly said to the people of Germany, each benign their leader. And today, all of us who are here today, he proudly said it once again, each benign their leader. And we are the front line against global totalitarianism. And we are the front gegen global totalitarianism. I'm going to say one more thing. 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 They haven't done a very good job about protecting public health. I'm going to say one more thing. They haven't done a very good job about protecting public health. But they've done a very good job of using the quarantine to bring 5G into all of our communities. Aber sie haben die Quarantäne genutzt, um 5G hier in unsere Gemeinden zu bringen. Und sie haben den Anfang geschossen für eine digitale Vierung. Und das ist der Beginn der Sklaverei. Because if they control your bank account, they control your behavior. Und das ist diese Kontrolle. Sie können uns nicht in unserem Verhalten beeinflussen. Und wir sehen, dass 5G überall hingebaut werden soll. Die Fernseher sind voll davon, die Anzeigen sind voll davon, die Werbung. Und die sagen uns, 5G macht unser Leben besser. Und die wollen einfach, dass wir dieses 5G einfach akzeptieren. Und nur, weil ich ein Video später in 6 Sekunden statt in 16 Sekunden runterladen kann. Und sie geben Milliarden, Millionen von Dollars aus für 5G. Und es geht nur um überwachen und den Garten sammeln. Für Bill Gates und seine Freunde und nicht für uns. Bill Gates sagt, dass seine Satellite, seine Satellitfliefe, wird beinahe auf jeden Quadratmeter des Planeten 24 Stunden sterben. Mit seinen Satelliten kann Bill Gates jeden Quadratzentimeter des Globus beobachten. Und sie nutzen das, um uns auszuspielen hier, mit der Gesichtserkennung, die ganzen Smart Devices. Das ist nicht für uns. Es ist nur für die Überwachung und für die Datensammlung. Und die Pandemie ist eine Krise der Convenience für die Eliten, die diese Politik diktieren. Diese Pandemie kommt der Elite zu Pass, damit sie uns alles diktieren kann, was sie will. Und sie nutzen die Pandemie, um uns zu überwachen, um uns zu kontrollieren, komplett zu kontrollieren und um den gesamten Wohlstand von der Bevölkerung zu einer Handvoll. Und weniger aus der Elite zu transferieren. Und das Einzige zwischen denen und unseren Kindern ist diese Menge hier in Berlin. We are going to enden an our democracy back. Thank you all very much for fighting. Wir müssen das tun, wir über unsere Freiheit nicht, wir über unsere Kinder nicht und wir hätten unsere Demokratie. Vielen vielen Dank. Thank you so much. Thank you. Vielen Dank.